ein wunderschönen guten morgen hallo ja ich stehe hier noch bei der kleinen farm der wilde bienenkorb zwei plätze haben wir noch frei ab level 42 sind wir im moment mit derby bitte 2000 punkte machen ja ich habe mir hier noch ein paket bestellt für 25 karten und krieg einmal lupinien gut ja hier ist meine scheune knacke voll alles ist voll ich kann nicht mal den honig einsammeln ja dann werde ich auch bald leveln ich denke mal morgen übermorgen diese woche mache ich ja hier auch mit beim derby ja und dann gehe ich mal rüber zur großen farm und guck was es für belohnung gibt ja jenny top diesmal mit 3200 fast alle haben die zehnte gemacht und ich glaube wir sind jetzt zweiter ja ganz knapp aber die gegner die waren auch wirklich super gut die ersten mit 53 gold pokalen ach schade keine deko so ich brauche puzzle und permit ja und dann haue ich doch noch mal ein paar dias raus dreh 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 kein puzzle dazu willkommen ok ja mal gucken was ist das 40 prozent 40 prozent 40 prozent dann nehme ich mal den markierung ist ja immer knapp rose 48 stunden ok von dem zweiten hier brauche ich ja eigentlich nichts und dann nehme ich noch eine lilane fahne oh einen habe ich vergessen ach so hä da ähm bolzen so abholen ja wir haben wieder sehr viel gelöscht aber trotzdem fällt etwas schlechteres raus aber nächste woche fällt ein ganz gutes ergebnis raus mal gucken ja wir waren echt schon viel besser ja und dann wird ja hier das nächste derby angekündigt ein erntederby mehr zuckerrohr indigo baumwolle tomate kartoffeln und kopfsalat ok also werden die anderen wohl kaum vorkommen gut bis zu 400 punkte ja da bin ich ja echt gespannt so hier ist die gemeinschaft voll hier ist gerade noch eine neue eingetreten die befördere ich doch gleich mal ja gut ja permits fehlen mir noch puzzleteile fehlen mir noch hier habe ich jetzt nur einen ach ja aufleveln tue ich hier auch noch nicht oh hier steht ein schiff wo bleiben denn die puzzel schiffe langweilig 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 ich schicke das einfach mal weg so ja erntederby oh gott also ich mag ja sehr gerne ernteaufgaben wahrscheinlich hat man dann auch immer das pech und bekommt nicht die für 400 ja ach das wird ja spannend